Hallo? Na du, du kleine Drexler, du hast mir ja letzte Nacht so richtig sch... Wieso drückst du mich weg? Äh, ist grad schlecht Mama, ich sitze im Auto, ich ruf dich später zurück, ja? Ich hab immer noch den Geschmack von... Ja, 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 lalalalalalalalalalalala Dass ich sie auch immer anrufen muss, wenn ich gerade im Auto sitze. Jedes Mal. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich mit der neuen Hüfte? Wessen Hüfte? Na von deiner Mutter? Kommst du jetzt auf meine Mutter? Ja? 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 Ja?